ja hallo liebe youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren test video hier auf meinem kanal wir machen weiter mit einem weiteren schalterzeuger p1 aus dem hause tropic aus polen und zwar den exploder 5 mit 4,5 gramm neem und zwar wirklich ein 4,5 gramm weil ich glaube der exploder 5 hat im gegensatz zum exploder 4 keinen vorbrenner ja sehr schön und action freunde exploder ja sehr ordentlich so